hallo und herzlich willkommen bei red dog gamble ich bleibe mal wieder auf die jagd nach den tickets und schauen wir mal was kommt da heute für ein spiel so auch ein neues star trek ein lines strategie spielen also ich werde es mal unterladen und müssen uns gleich wieder so jetzt haben wir das heruntergeladen und öffnen das mal schauen wie das spiel ist ich hoffe gut muss ja fast runterladen um rauschen meine boxen sind so und irgendwie ist da gar kein zaun stimmt doch was nicht so das sind wir wieder runtergeladen grad probleme noch mit dem sound gehabt und jetzt ok das muss eigentlich machen zehn minuten spielen das bestimmt wieder acht wird jetzt wie so angezeigt naja nicht immer aber manchmal spiel wir sind unterwegs um die system zu untersuchen ok der blinkt cool ok 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 so ich muss mal noch drauf drücken ok also kampf kann ich einstellen ich muss nur sagen was sie machen muss anscheinend oh kaputt Rife Ah, ich komme jetzt aus Okay, wenn man ausgesucht hat, fährt man sofort los Leiter sofort los für die nächste Runde Wäre vielleicht ein bisschen besser gewesen, wenn man drauf drückt und dann, ach nee, doch nicht Na gut Der Das ist der Doktor, der kommt da hin Also hier muss man schon ein bisschen überlegen Welchen man anklickt 72 Kranz Komm her Der andere ist ein bisschen mehr Hm, welchen nehmen wir da noch Der ist rot Also der geht schon mal nicht, anscheinend Ah, ich brauche ein paar 78 brauche ich dafür, das habe ich nicht Denke ich mir mal, dass es so ist 70 brauche ich dafür, das habe ich einmal hier und Nur da Okay Okay 20 Wohin kann ja Such immer noch den NI do Geert Aber die gibt es hier nicht Nur den egoistischem Wunsch aller lebenswesen zu überleben okay sie verdienen es zu leben selbst in der falschen Zeitlinie was da gibt es? zwei Blöpfe? gibt es noch? ein bisschen dann machst du auch stemple da drauf drücken oder da drauf drücken kaputt gegangen viel lesen ich mag nicht lesen ok das bin ich kostenlos also das ist jetzt meine besatzung die ich von aus und wehne mich als kirk picard sisco bin bislang für sisco das verstärkst mindestens schießen aber ich habe mein ticket freigeschaltet aber schnell auch hier fertig und dann geht es 10 euro nein noch mal drauf drücken ach noch mal labern ok captain spock ich glaube ich habe die nächste quest angenommen nein wir sind doch fertig jetzt nicht ach komm angriff ach jetzt muss ich erstmal aussuchen zwei leute und ich will auch zwei leute nehmen ach was ist mit den anderen den kann ich jetzt auszahlen elita normal episch elita ok schauen wir uns mal einen kampf an und nach dem kampf das ist ja so ein kleines schiffchen ok ich drücke einfach wenn was frei ist drücken ein stern gekriegt zwei sterne gekriegt nach um den dritten nicht ich musste schnell wie 20 sekunden sein ok wir haben jahrelang unter den knutester reerenischen imperiums gelitten ich werde die heimatwelt seines verhassten voranführers nicht so einfach davon kommen lassen also zwar antwortet er einmal ja erinnere an seine wahre natur frau wulf wie er her kam frag nach wulfsgeschichte ach komm ok gelesen das ist eine eindeutige gute aber die eroberung vom vulkan ist der größte triumpf meines volkes über die terranisches imperium über das terranische imperium wenn sie den planeten befreien wollen dann müssen sie an meinen traum vorbei und zwar auf der oberfläche die erfolge hat ihn in meinem universum niemals sie im frühen deshalb verbot unterbreiten wieso sollten wir jetzt eins machen ok ich sag mal das was für heute ich drück mal hier um weg dann gehe ich hier auf plus text world ich werde mein ticket einlösen zack genommen und ich schau wir haben sechs tickets es läuft noch 15 stunden 15 stunden ist die zeit vorbei dann wird ausgelost wer was gewonnen hat bestimmt von ganz vielen leuten die mitspielen jetzt kann man noch stündliche preise spielen amazon gutschein stream geschenk und so weiter und so fort naja die täglich sind ein bisschen besser finde ich muss man die vielleicht noch irgendwie abgeben weil ich habe jetzt die tickets aber muss man die jetzt noch irgendwie abgeben rechtfertigen funktioniert für bestimmt ist geschwind gewinnspiel du hast es los ansehen Habe ich jetzt eingelöst? Oh, vom letzten Mal der Gewinner. Am 18.12.02 haben sie angefangen mit dem Gewinnspiel. Oder man kann immer nur ein Jahr zurückschauen, dass die Änderung nicht weiter gezeigt werden. Das kann auch sein. Letztes Mal gewonnen. Ein PC, Kopfhörer, Kopfhörer, es sind ganz schön viele Kopfhörer dabei, 17, 18, Kopfhörer. Und da, Gaming Router 22 bis 31. Pritzname Gaming Maus von 32 bis 41. Und dann nochmal eine Gaming Maus von 42 bis 51. Oh, die 52 ist eine Drohne. Und drei Lautsprecher. Also, die verlosen ganz schön viele Mäuse. Und die meisten gewinnen aus USA. Mist. Erst Spanien, GB, Großbritannien, USA, USA. Polen, USA, 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 USA. Neun. USA, 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 USA. Frankreich, Deutschland, Kubala. Polen. Polen, Italien, Frankreich, USA, USA. Deutschland, USA. Spanien, Frankreich, USA, Italien, Deutschland. Alexander, USA, Frankreich, USA, Spanien, Polen, USA, Deutschland. Frankreich, Polen, EU ist Österreich. Deutschland, USA, 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 Deutschland. Okay, USA, nochmal Österreich, Polen. Äh, PT, was ist PT? Also, hast du nochmal USA, Großbritannien, USA. In Deutschland nochmal. DW, Lonnie, Wolf, USA. Was ist PT? Hm, keine Ahnung. Ich hole PT. Vielleicht weiß ja einer von euch. Schreibt mal rein, was PT heißt. Hm, aber wir können die Tickets noch einlösen. Jetzt bin ich bei stündlich. Wie auf wöchentlich zurück. Muss man die nicht einlösen. Das spielt man sowieso mit. Kann auch sein. Das sind die Preise, die man nochmal gewinnen kann. Okay. Und erhalte deinen. So, naja, egal. Ich hab's die Kit abgeholt. Ich bin fertig für heute. Ja, viel. Ja, das war's für heute. Schon. Leider. Na, egal. Viel Spaß und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss. 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 Tschüss.